Als Ausgleich dafür, dass Frau Kramm-Holz heute die Ehre gibt, ist es heute die Ehre zu klettern. Ich darf ganz herzlich, Frau Kramm-Holz, am Seil gesichert, auch ein Grund, der Knochen wird kontrolliert, danach wird es sicherlich, dass Frau Kramm-Holz dann in seiner Sicht bläht, dass an seiner eigenen Kurslauf festhängt ist, das Seil durchführen und das Frau Kramm-Holz sichern. Sie hatte vorhin recht, als sie sagte, man kann da nicht fallen. Eine kleine Ankerne im Glücksten Fall, die sich in Zukunft an 30 Prozent Seilgebung auf 2 x 17 Meter liegt, das ist kein freier Fall oder sei denn, ich weiß, dass sie ganz langsam herabschweben. Ich darf trotzdem Frau Kramm-Holz in Glück und viel Spaß beim Lernen und danke für die Bereitschaft, dass Sie sich hier klettern als Herstens unserer Herzen. Man kann sich nicht klammieren, ne? So, dass Sie. So, dass Sie sich hier klammieren, und Sie sehen, dass manche Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz. Auf dem Fahrrad findet sicherlich alle Kramm-Holz, auch aus der Zeitung. Ich glaube, dass wir es an der Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz in Kramm-Holz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.